Herzlich Willkommen zu Black Quizmas, das schwarz-weiße Quiz, heute mit Seti und Gazi. Ihr wisst, 0,9 Fragen, 19 Sekunden für jede richtige Antwort. Satz bereit? Jawohl. Auf geht's. Bruder, bitte lasst es mir lesen. Wer von euch beiden hat im aktuellen FIFA den besseren Antritt? Du, safe. Ganz sicher. Falsch. Was? Okay, das spricht nicht der Wahrheit. Das kann nicht sein. 74 zu 72. Wer erzielte das erste Sturm-Tor in dieser Bundesliga-Saison? Ion. Richtig. Wer wurde in der letzten Saison Torschütze zum König der Premier League? Harry Kane, Jamie Vardy oder Roberto Firminio? Kane? Nein, warte mal. Vardy nicht, oder? Nein, Kane. Vardy. Vardy, genau. Bruder, du kennst ja mich. Auf wie viele Pflichtspiele für Sturm kommt ihr gemeinsam? Wie flachst du? Vier. Sieben. Elf. Richtig. Bei welchem Verein startete Andi Kuh in seiner Profikarriere? Wacker Innsbruck. Sehr stark. Jawohl. Wer ist mit 549 Einsätzen der Rekordspieler vom SK Sturm Graz? Günther Neukirchner, Mario Haas, Arnold Wettl. Also, dann kriege ich sein bester Freund. Ja, Günther Neukirchner. Nicht? Bromber. Mario Haas. Das ist ein Bruch. Ja, frag mich einfach mal. Wie viele Tore schoss Jakob Janscher in seiner Bundesliga-Karriere? 19, 26 oder 43? Nachdem er schon einmal Tor-Schützen-König war, mit? Ich weiß nicht. Wie viele Tore? Ich schätze. Ich schätze, 42. Richtig. Wie viele Tore schoss Jakob Janscher, also haben wir schon. Wie viele Version der Sony Playstation kam dieses Jahr auf den Markt? Das darfst du beantworten. Ja, PS5. Wie viele schwarze Streifen sind im Sturmwappen? Vier. Richtig. Jawohl. Ja, das war's. Das ist es. Sechs. Sechs aus neun. Das ist es. Das ist ein Witz. Aber das mit schnell ist frech. Das ist echt frech. Das ist wirklich Frechheit. Du musst ja echt anrufen, weil der ist echt. Ich weiß nicht. Ich muss dir fast recht geben. Das ist Tasche, 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 Tasche. Schau genau. Ich glaube, unten drüber. Das war da, glaube ich. Nimm mal gleich an. Schau. Schau du oben, ich schau da. Ich darf nicht. Bruder, bruder, bruder. Es muss oben sein, es muss oben sein. Bleib dich. Was ist das? Was ist das? Wir können als nächster jemand, gell? Okay, nächster. Ja, das war der Mann. Hau rein. Hau rein. Ja, wurscht. Fertig da. Warte, 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 warte. Das ist ja Kinderabteilung. Okay. Ja, das ist das. Ja. Gerda, oder? Ja, nimm kleiner. Das ist ja wurscht. Schau nicht gleich was. Das ist lastiger. Buch. Steht da Buch? Das war da, das ist das Schnapsglas. Ach, da irgendwas. Er hat gesagt, Gläser sind da. Hä, wo sind die? Gläser, Gläser hast du gesagt. Da, 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 da. Wie fischst du da rein, dann ist es wurscht. Schall. Schall da oben, gell? Ja. Welcher ist das? Welcher ist das? Schnell, schnell, schnell. Ich schwöre, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Leibball, Leibball. Was für ein Sche... Da gibt es 40 verschiedene. Welches Leibball ist das? Was ist das, hä? Das ist die Schiebung. Den gibt es nicht einmal. Was ist das für ein Leibball? Ich schwöre. Warte, können wir da hinten schauen. Da. Ne mit, ne mit, ne mit. Sturmglas, diese zum Schlafen gehen, diese Teil. Stopp. Wir haben eh genau gleich viel wie die. Vier. Nein. Schnapsglas. Aber das mit dem Schal, das ist eine Frechheit. Schal ist Frech, Bruder. Ohne Spaß. Das ist wirklich frech. Vier. Vier, aber der Schal gehört nochmal dazu. Ohne Spaß. Da sind alle Schals, aber unsere nicht. Warte mal kurz, Digga. Nein, 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 nein. Wo ist der Schal? FC Corona, das brauchen wir gar nicht. Der Schal haben wir eh und jetzt noch. Ja, von dem Corona haben wir schon genug gehabt. Da brauchen wir nicht einen Schal. Kannst du springen? Nein, geht schon noch mehr. Ja, die Punkte ausbald ich bei den Fragen war schon mager. Und ja, egal. Mindestens irgendwas, oder? Ja, das ist jetzt auch alles.